Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. So, wir sind gerade eben auf der Station, ich wollte gerade sagen, unser Schiff ist weg. Nein, wir sind gerade eben auf der Raumstation im neuen System gelandet und hüpfen jetzt hier mal hoch, um die Station zu looten. Ah, okay. Achso, aber hier kriegen wir, ach doch, auch ein Anzug-Upgrade. Okay, ich glaube, die Stationen sind wirklich immer sehr gleich aufgebaut. Auch jetzt hier diese Tür hinter dem ersten Season Pass, will ich immer sagen, Atlas Pass, hat sich, hinter der verbirgt sich das Gleiche. Entschuldigung, ich konzentriere mich jetzt. Ich war abgelenkt. So, Kohlenstoff nehmen wir ein bisschen mit. Ein Anzug-Upgrade kann man immer brauchen. Ich frage mich, was das Maximum ist. Hm. Es wird auf jeden Fall echt teuer. Ich sollte mal unser Inventar aufräumen und auf dem nächsten Schatzplaneten, auf dem wir landen, ordentlich looten. Ob das Jetpack reicht bis drüben? Ne, das haut mich hin, das sehe ich schon. Das heißt, wir gehen lieber zu Fuß und fliegen das letzte Stück, damit wir uns die Treppen sparen. So, hallo. Wie stehen die Aktienkurse? Schön, dass da nur Zahlen stehen, aber überhaupt kein Indikator, für was diese Zahlen jetzt eigentlich stehen. Überhaupt nichts. Und bei manchen steht ein Minus, bei manchen ein Plus, bei manchen ein roter Pfeil. Statt Minus ist das ein Unterschied. Aber ich kenne mich auch im wahren Leben nicht aus. Aktien und so. Puh. Okay. Hallo. Ich glaube, ich kann dein Hirn sehen. Vielleicht solltest du mal irgendwie was dagegen machen. Ich weiß ja nicht. Ähm, Krieger! Krieger! Irgendwas mit Krieger. Alle Waffensysteme scheinen zu funktionieren, doch bewirken sie nichts. Aha. Also in hohles und leeres Klicken. Die Lebensform heult vor Selbstverachtung. Ich habe leider kein Tamium-9 in der Quantität, deswegen kriegt er 200 Kohlenstoff. Er bellt einen Dank. 500 Credits. Das ist aber... Und mein Ansehen hat sich verbessert. Joa, ist nicht die Welt, aber geht schon. So. Gegenstand aus Inventar verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir da was haben. Die Atlas-Steine, die ich so kriege, ich will die echt nicht verkaufen. Aber die brauchen halt schon Platz im Inventar. Wisst ihr was? Ich muss jetzt mal kurz ins Inventar schauen. Erstens muss ich mal in mein Multitool schauen. Perfekt. Weil es gibt Technologien, die ich hier einbauen will. Zum Beispiel ein Plasma-Werfer. Technologie installiert. Was haben wir denn hier noch? Höhere Geschwindigkeit finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Prallen vor der Zündung von planetaren Strukturen ab. No. Verfügen über größere Aufprallkrater. Das ist gut, wenn man graben will. Aber leider wird Graben in dem Spiel nicht besonders belohnt. Muss man leider sagen. Naja. Höhere Geschwindigkeit finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das können wir mal einbauen. Und von mir aus auch einen größeren Aufprallkrater. Dann kann man sich schneller Höhlen buddeln. Ach so. Ach so. Ja. Ach so. Da brauchen wir Aluminium. Das wäre natürlich super. Ähm. Verursacht mehr Schaden in der Aufprallsohle. Hier Rhydium und Aluminium bräuchten wir. Dann könnte man da ein bisschen was cooles einbauen. Okay. Ich schaue nur. Ich versuche nur rauszufinden, was ich jetzt eigentlich im Inventar habe. Was wir wirklich brauchen. Und was man vielleicht wegräumen könnte. Was man verkaufen könnte. Aber im Endeffekt will ich fast nichts verkaufen. Weil man alles brauchen kann. Ich bin so ein Videospiel-Messi. Ich will am liebsten alles behalten. Was brauche ich eigentlich hier? Ach so. Einfach nur Kohlenstoff. Dann könnte ich länger unter Wasser atmen. Das ist grundsätzlich ja nicht verkehrt. Gesundheitsmodul. Ich weiß nicht. Da ist es mir den Inventarplatz irgendwie nicht wert. Dass ich in meinen Anzug so Systeme einbaue. Oh Gott. Ich versuche hier gerade Ordnung zu schaffen. Falls man es nicht merkt. Ich schiebe gerade ein bisschen planlos alles durcheinander. Gut. Die Atlassteine können ja wirklich da bleiben, wo sie sind. Das ist ja okay. Gut. Hier ist ein winziger Stapel Eisen. Der kann jetzt mal weg. Dann haben wir einen Platz mehr. Ähm. Gold. Gold verkaufe ich auf jeden Fall mal. Jetzt schaue ich nochmal in meinen Anzug-Inventar. Da gehen wir nochmal alles durch. Ich meine Eisen findet man theoretisch überall. Aber das ist jetzt auch nicht so viel wert, dass ich das irgendwie lohnen würde, das zu verkaufen. Genauso wie Kohlenstoff. Oh Gott. Erst recht wie Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ja mal gar nichts wert. Mhm. Oh, Titan erzielt hier 105,7% vom Durchschnitt. Das lohnt sich dann schon fast. Dann verkaufe ich mal hier den Titan-Stapel. Das ist ein Sonderfall. In dem Fall kann man das schon mal machen. Okay, und was haben wir im Schiff hier noch? Oh ja. Verkaufen wir mal das Gold. Ähm. Oh, Zink ist ja auch super viel wert. Ja, wir haben ja... Zink brauchen wir zwar für unsere Hyperdrive-Kapseln, aber da haben wir ja noch drei Stück momentan. Okay, dann brechen wir auf. Ich habe mich jetzt, glaube ich, dazu entschieden, dass wir nicht dem schwarzen Loch hinterherjagen, obwohl mich das sehr interessieren würde, sondern weiterhin dem Atlas. Weil ich will gucken, wohin das führt einfach. So, dann schauen wir uns noch mindestens einen Planeten an, nämlich hier den nahegelegensten Planeten überhaupt. Etons Done-Lippen. Was für ein schöner Name. So, wir haben ja wieder Orange mit Blau, so ein bisschen. Das Farbschema. Überall stehen kleine Würfel oder so Säulen. Okay, ich glaube, ich habe ein paar Pflanzen gesehen. Ah, da haben wir eine Antenne. Landen wir doch bei der mal. So, und was haben wir hier? Oh, nukleare Emission Wächter. Wütend! Großzügige Fauna, kaum Flora. Ich glaube, wir haben hier einen guten Planeten gefunden. Ich glaube, hier gibt es wieder ordentlich Zeug zu looten. Oh Gott, da kommt auch schon ein Wächter. Ich habe ihn schon gehört. Der Kampf geht jetzt schon los. Ja, ich weiß, aber ich kann ja... Danke. Danke, dass die jetzt schon auf mich schießen können, während ich hier festhänge in dieser Kamera. Wie doof ist denn das mal? Zeigen wir jetzt mal bitte den Gegner, der mich hier umbringt. So, halb so wild. Ich sollte mal meine Lebenserhaltung auffüllen, bis die schon wieder leer ist. Also, den ganzen Kohlenstoff rein und ein bisschen Plutonium. Jetzt kommt schon der nächste, oder was? Ich glaube, ich habe mal keinen Spaß mit den Wächtern. Ich glaube, die sind hier ein bisschen aggro. Aber warum? Ich bin gespannt, warum. Hier muss es doch irgendwie total cooles Zeug geben. Ah, hier haben wir wieder Graviton-Perlen. Das ist wahrscheinlich der Grund für die aggressiven Wächter. Da ist doch gerade nur einer gekommen ist. Die kommen doch eigentlich immer gleich im Dreierpack, wenn ich so eine Graviton-Perle aufhebe. Oh. Hier haben wir auch Kalium. Ja, ich glaube, auf dem Planet könnten wir uns ein bisschen was zusammensuchen. Aber jetzt endet gleich mein Strahlungsschutz und ich habe einen Meilenstein und kann deswegen nicht mehr sehen, wo ich hinlaufe. Das ist immer ein bisschen doof. Haben die nicht optimal durchdacht irgendwie. Au. Snell, looten. Okay. Ja, ja, wo ist er denn? Okay, lauter bereits bekannte Technologien. Jupp, wir sollten jetzt echt gehen. Uh. Ich glaube, das war gerade echt knapp. Ich glaube, wir werden gerade fast gestorben. Oh, jetzt kommt auch noch ein radioaktiver Sturm. Das ist wieder ein ultra krasser Planet, auf dem wir hier gelandet sind. Der ist vielleicht sogar noch krasser, als der andere, auf dem wir mal waren. So. Wisst ihr, was ich jetzt echt gerne finden würde auf diesem Planeten? Eine Handelsstation. Weil dann loot ich im Umkreis von dieser Handelsstation alles so dermaßen nieder und verkaufe das sofort. Das wäre schon cool. Was haben wir denn da? Ist das eine Ruine oder so? Ja, das ist... Ja, warum landen wir nicht hier? Finde ich eigentlich ganz interessant. Lande ich jetzt sogar oben auf der Ruine? Oh Gott, ja, anscheinend. Oh Mann, schon wieder ein Wächter. Boah, hier ist aber echt eine Party. Was sind denn das für Dinger? Ja, das sind aber andere Dinger. Ah, hier gibt es Eiweißperlen und die anderen. Und Gravitationsperlen. Und Kalium. Ach du Scheiße, nachladen. Okay, ich muss in mein Schiff. Das hilft jetzt echt nichts. Ich bin hier echt ein bisschen... Boah, was haben wir denn da? Ein Greifen mit richtigen Flügeln oder so. Oh Gott, das sieht voll cool aus. Ein bisschen creepy auch, aber auch voll cool. Au, 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 wo ist mein Schiff? Wo parke ich denn? Wo parke ich denn? Hilfe, ich habe Panik. Panik, Panik. Ach ja, ich parke ja oben auf dem Ding. Verdammt. Aber war ich nicht hier drin vor Strahlung geschützt irgendwie oder so? Nope. Und ich bin tot. Verdammt. So schnell kann es gehen. Nicht schlecht. Ziemlich hardcore. Au, das geht ja gleich mal gut. Los, die zweite Generation. Wirft mich da einfach mal so rein. Okay, dann holen wir erstmal unser Gut. Unser verlorenes Gut wieder. So. Jetzt gerade hieß es schon, wie der Strahlungsschutz stabilisiert sich. Ich wollte ins Menü gehen und das alles wieder aufladen, aber es hat nicht geklappt. Ich hätte im Schiff mich besser vorbereiten müssen. Aber egal. Bitten wir hier einfach mal um Hilfe bei der Sprache. Dann gehen wir mal wieder an Bord unseres Schiffes, wenn wir da hochkommen, hoffentlich. Alles sieht ganz gut aus. So. Puh, wir haben anscheinend auch ein paar Rohstoffe bekommen. Ach so, nee, wir haben nur wieder eingesammelt, was wir verloren haben. Genau. So, was machen wir jetzt? Ich weiß schon. Erstens tanken wir den Hyperdrive jetzt auf. Das ist mal ein guter Anfang. So, dann haben wir wieder ein Inventarplatz für einen Schatz. Titan. Ja, jetzt suchen wir eine Handelsbasis, würde ich sagen. Oh, da ist noch ein Tierchen. Ich glaube, ich muss mal schnell aussteigen und versuchen, hier oben zu parken. Komm, scanne doch mal diesen Hundes Degosaurus. Da ist auch noch was. Die Tiere hier gefallen mir. Das ist cool. Ich glaube, das ist ein cooler Planet. Den schaue ich mir gerne wieder ein bisschen länger an. Ich meine, der ist extrem gefährlich, hat aber auch extrem coole Schätze. In vielerlei Hinsicht ein sehr extremer Planet. So, jetzt setze ich mich nochmal kurz rein, weil vielleicht... Ne, wir fliegen jetzt hier weg, würde ich sagen. Wo war denn diese Lebensform? Ah, da wird sie mir angezeigt. Weil dann fliege ich jetzt in Richtung von dieser Lebensform und dann schauen wir mal, ob wir auf dem Weg irgendwas finden. Und ob vielleicht da sogar wirklich eine Handelsstation ist bei dieser Lebensform. Das könnte ja sein. Ah, da haben wir was. Ist aber nur so ein kleiner, äh, äh, Bau. Den brauchen wir gerade nicht. Ah, tatsächlich, eine Handelsbasis. Das ist super. Ich glaube, jetzt werden wir ganz schön reich. Also hier können wir jetzt zumindest mal einen ordentlichen Batzen Kohle machen, glaube ich. Hallo. So, erstmal hier looten. Erste Hilfe. So. 19 Plätze ist, glaube ich, uninteressant für uns. Ich schaue ihn mir mal an. Ne, wir haben auf jeden Fall einen mehr. Und selbst wenn, wegen einem Platz mehr, weiß ich nicht, ob ich mir den nehmen würde. Okay. So. Wo ist denn dein Handelsterminal? Der muss doch ein Handelsterminal sein. Oder spinne ich jetzt? Ah, da ist er. Hm. Total übersehen. Manchmal ist das so. So. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. Äh, Gravito-Bälle. Die sind hier sogar 6,9 überdurchschnittlichen Marktwert. Hier auch 0,2. Das ist eigentlich mit Kalium auch ganz gut. Die Eiweißperlen auch ein bisschen überdurchschnitt. Nichts unterdurchschnitt. Das ist okay. Und wir sitzen ja hier direkt an der Quelle. Das heißt, ich räume jetzt mal ganz radikal mein Inventar auf. Also, Kupfer. Weg. Die Atlassteine nicht. Das auch. Weg. Aluminium weg. Titan weg. Plutonium weg. Weil das kriegt man überall. Genauso wie Heridium. Genauso wie Platin. Naja, Platin. Naja, doch. Überall, wo es Blumen gibt, gibt es Platin. Platin. Kohlenstoff und Eisen brauchen wir sowieso nicht. Und im Raumstuf haben wir... Raumstuf. Oh Gott. Was rede ich denn so wieder für Fischduss? Tamium 9. Äh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut das Schiff vollgetankt ist. Deswegen verkaufe ich das nicht. Aber ich verkaufe hier Iridium und Nickel und alles. Weil jetzt machen wir ein Vermögen. Ich bin... Fest davon entschlossen. Fest dazu entschlossen. Äh. Hier richtig reich zu werden. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Momentchen mal. Ich muss nochmal schnell zurück in die Basis. Oh, was ist denn das für eine... Wow, was ist denn hier für ein lustiges Leben? Guckt euch mal diesen zweibeinigen Kerl an. Und diese riesigen, komischen... Tentakelkrabben. Oh oh, ich geh mal schnell da rein. Mann. Habt ihr hier eine Lizenz zu sein? Oder was macht ihr mit den wütenden Wächtern da draußen? Äh. Was sollte ich hier drin eigentlich machen? Genau. Ich wollte schauen, ob es Türen gibt, die ich mit meinem neuen Pass öffnen kann. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Äh, nö. Na gut. Bereits bekannt. Da haben wir kleine fuchsartige Dinger. Au, ich bin doch ein friedlicher Forscher, Mensch. Ha, der ist auch nicht unlustig. Aber irgendwie scannt er den nicht. Ah, jetzt. So, gehen wir auf Schatzsuche. Strahlungsschutz, jetzt ab. Das ist schon krass irgendwie. Der Strahlungsschutz nimmt ab, bevor ich überhaupt irgendwie richtig losgegangen bin. Und jetzt habe ich wieder einen Meilenstein und bin deswegen ziemlich blind. So, Kalium ist ja auch nicht ohne vom Wert her. Oh Gott. Okay, wenn wir hier wirklich länger bleiben und looten wollen, muss ich ganz dringend was gegen meine radioaktive Verstrahlung machen. Die nimmt zu schnell zu sehr zu. Zu, zu sehr zu. Jetzt ist auch noch ein Sturm. Der Planet macht es einem nicht leicht. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier an der Stelle mal die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich installiere jetzt, glaube ich, eine radioaktive, anti-radioaktive Technologie in meinem Anzug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.